Dicke Post für die Sicherheitskommission vom Verständirat. Über 1700 Leute haben mir geschrieben und damit ihre E-Mailbox nicht verstopft, haben wir die meisten davon ausgedruckt, damit sie sie morgen vor der Sitzung noch lesen können und hoffentlich richtig entscheiden und Nein sagen zu erleichterten Exportbedingungen von Waffen in Bürgerkriegsländern. Also, ab die Post.